Ah, das ist doch mal ein Übergang, wa? Das hat ja heute wieder gut geklappt. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das brauchen wir. Uh, 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 der Stream-Manager sagt, ich stream gar nicht. Aha. Läuft ja wieder super bei Twitch, wa? Du bist live, das ist richtig. Live ist live. Ah, jetzt hat er das. Alles klar. So, wo höre ich mich da oben? Alles klar, dann mache ich den nochmal eben leise hier, die Medien. Nee, so. Alles klar, das läuft, das läuft, das läuft. Musik haben wir. Dann können wir loslegen, wa? Instabil, nee, ist klar. Leitung ist instabil. Du hast einen an der Klatsche. Die ist sowas von kontinuierlich gut. Ah ja, das sind die Firmen, die sich mit Stream nicht auskennen. So, machen wir heute Webcam an? Weiß ich nicht. Wie sieht's denn aus? Warte mal, irgendwo ist meine Webcam da? Ich hab ja, ich kann ja hier drauf klicken. Ja, ist noch schwarz, ne? Das könnte daran liegen, dass man das hier aufklappen muss. Dann kann man mich nicht beim... So, scharf wird's auch noch. Alles klar. Ja. Ja, können wir machen, ne? Hallöchen. So, schön klein. Muss keiner sehen. Alles klar. Gut. Dann starten wir mal in den Tag. Da hinten liegt eine Menge Müll rum und da ist eine kleine Baustelle. Was ist denn hier eigentlich los? Sieht aus wie eine Pfütze oder so. Ah, ist nicht die beste Wohngegend hier. Naja. Gut. Ich hab meinen Supermarkt. Da ist alles leer. Was war denn da nochmal drin? Klopapier. Alles klar. Das müsste aber voll sein. Sowas von voll. Sehr gut. Gut. Dann bestellen wir einfach mal eben nach. Pizza hatten wir. Kartoffeln brauchen wir. Eins, zwei, drei. Dann machen wir die Lager wieder voll. Ein bisschen Geld haben wir ja. Aber wir haben halt zu wenig Geld. Eins, zwei, drei. Für 40 Dollar kaufe ich Kartoffeln. Hühnchen. Ein Huhn. Pommes haben wir genug. Das sieht voll aus. Brot. Und Kuchen. Ein Huhn. Brot, Kuchen. Ein Huhn. Rot. Und den schönen Sternekuchen. Da ist er. Das war Teil 1. Weiter geht's. Dann haben wir den Kuchen. Haben wir genug. Kaffee könnten wir. Ist aber eigentlich da. Der Kaffee. Alles klar. Zucker. Okay. Braunen Zucker und roten Kaffee. Die sind relativ weit unten. Braunen Zucker und roten Kaffee. Der Rohrzucker ist neu dazugekommen. Da ist er. Genau. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, wo die ganzen Sachen sind. Ist ja schon wieder ein Tag her, dass ich gestreamt habe. Das sind die roten Nudeln und die Spaghetti. Und das rote Mehl. Okay. Das muss ich mir alles im Kopf behalten. Das rote Mehl habe ich gesagt. Und die roten Nudeln. Ja, das ist richtig. Fünf Stück. So. Salz habe ich noch da. Alles klar. Den Zucker habe ich noch da. Dann können wir den auch nehmen. Und schon mal hier hinstellen. Milch. Käse. Milch. Käse. Käse. Okay. Äh. Milch. Bestellen. Käse. Und dieser rote Milbenkäse. Ich nenne den Milbenkäse. Für mich sieht der aus, als wenn da Milben dran gewesen wären. Oh, ist der? Da. Davon kaufe ich gleich mal zwei. Sicher ist sicher. Eier haben wir genug. Ihre Eier haben wir genug. Von den Achter-Eiern könnten wir eine Packung gebrauchen. Und Thunfisch. Und die Achter-Eier. Die waren hier. Nein, lass doch mal offen, Fussel. Du musst dann nur mit der Escape-Taste da raus. Ne, Frambert? Schlimm hier, ne? Ähm. Das Marti-Reiß können wir auch schon mal in die Ecke stellen. Die Sachen können wir in die Ecke stellen. So, gib mir mal den hier. Den alten Lachs. Weißt du, der muss auch nicht gekühlt werden. Der ist, das ist eine Sonderverpackung. Da ist Kälte drin in der Verpackung. Was ist das? So. 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 Einmal die ganzen Flaschen da hochwerfen. Das Masaka da hoch. Den guten Sushi. Also, Sushi haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir brauchen O-Saft. Soda. Und, äh, Steak, ne? Würde ich sagen. So, warte, 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 warte. O-Saft. Soda. Und Steak. Ein schönes Steak, siehste. Ja. Jetzt müssen wir natürlich... Ach, weißt du was? Wir bestellen noch zwei Sachen dann. Schoko. Schokolade. Und Süßigkeit. Muss ja auch mal irgendwann fertig werden. Ja, weißt du? So. Bleiche. Bleiche. Ne, die ist weiter unten. Ich nehme zweimal Seife. Zwölf Stück, ja. Zweimal Seife. Und einmal, ähm, den. Dann noch einmal Öl und einmal Milch. Einmal Milch und einmal das Bratöl. So. Damit müsste eigentlich alles da sein. Sieht ja auch wieder wüst aus hier. So ein altes Hähnchen. Ach ja, das Klopapier. Das ist nämlich der Vorteil, wenn man vergesslich ist. Man findet immer wieder neue Sachen. Ach, guck mal. Da ist noch was drin. So. Alles schön wegstellen. Die Leute sollen ja nicht darüber stolpern. Das wollen wir ja nicht, ne? Ansonsten ist ja bis auf den da alles weg, ne? Ja, ist doch gut. Ja gut, das kann ich noch nicht wegstellen, weil ich befürchte, da kommt noch das eine oder andere, das hier draußen liegt. Wenn manchmal hat man auch Glück, dann ist so ein ganzer Karton leer. Die Milch neben dem Müll, aber das muss so. Das ist, das ist Weidemilch. So, die Seife müsste nämlich meines Erachtens komplett passen. Ja, sogar einer zu wenig. Ursach bleibt über. Der ist geschüttelt. Der, der muss so. Ja, glaub mir. Den guten Soda überfahren. Geht doch nicht. Die saufen aber auch das Zeug, ne? Als wenn es kein Zucker enthält. Wo muss ich denn hin? Die gute Shark-Fisch-Creme. Bleibt einfach stehen, dann geht das. Was haben wir denn hier? Das ist so ein bisschen wie Weihnachten. Immer eine kleine Überraschung. Was finden wir? Was kriegen wir? So. Noch ein Kartöffelchen. Da. Mal die Milch. Aber ich bin ja froh, dass ich weiß, wo alles sich befindet. Weißt du? Dann ist es ja nicht so schlimm. Ach, komm geht. Ein bisschen Glück, nehmen sie es. Das Brattöl. Das ist klar. Das ist Zucker. Ja, Frambert, so wird das gemacht. Mit Lebensmitteln kann man so umgehen. Also wenn die so blöd sind und das Zeug fressen, da kann ich ja nichts für. Für Lernsache. Ich würde hier nicht einkaufen gehen. Ich weiß ja, wie der Besitzer mit den Sachen umgeht. Na? So, Frambert, bist du bereit? Können wir gleich öffnen? Er ist nie bereit, der Frambert. Probleme zu Hause, wisst ihr? Aber ich bin ein guter Chef. Ich höre ihm nicht zu. Weißt du, was interessiert mich? Seine Familienprobleme mit seiner Frau. Der soll ja arbeiten. Nee, die haben aber den Käse hier wirklich gut gekauft. Das kann ich nicht anders sagen. Ein ganzes Fleisch haben die gekauft. Die leckt mich in den Täsch. Die haben sich's aber auch gut gehen lassen, ihr du Mann, 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 Mann. So, und noch den Kuchen, genau. Ja, Moment, ich bin gleich da. Muss nur mal eben den Kuchen auffüllen. So, was haben sie denn? Oh, guck mal, gut, das ist ganz frisches Fleisch. Das ist letzte Woche geliefert worden. Schöne, abgehangene Kuh ist das. Glauben Sie mir. Ach, was Schweinefleisch. Ja, das ist Pech. Nee, wann, wann kann sein. Ist ja auch egal. Oh, der kommt so zielstrebig auf mir zu. Oh, sie machen sich Salznudeln. Sehr lecker. 29,18. Bitte sehr. Ich freu mich schon, wenn das Putzen ins Spiel kommt. Dann kann man doch endlich putzen. Weißt du, zu Hause nicht, aber im Spiel. Da geht das. Wasserflasche ist zu teuer für mich. Ja, dann geh arbeiten. Das, wenn du mit deinem Geschäftsführer gar nicht klarkommst, mal ein bisschen weniger, ne? Hallo. Oh, der macht Fleisch mit Kartoffeln. Das war aber ein schöner Einkauf. Na, 20,61. 62,82. Die Frage, die übrigens immer noch im Raum steht, ändern wir die Preise oder nicht? Weil ihr seht, ne? Hier ist ja natürlich alles zu teuer, zu teuer, zu teuer. Wir sind 20% über. Marktpreis. Aber das würde nur Sinn machen, wenn wir dann auch mehr verkaufen und am Ende auch mehr Gewinn realisieren. Und bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass wir das hinkriegen. 1,2,50,75,80. Das ist gerade wenig los hier in dem Laden, ne? Lachs ist zu teuer für mich. Ach, das ist guter Lachs. Aquakultur. Voller Keime und Maden und so. Da kriegen sie noch extra Portion. 10, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 45, 46. Das ist halt die Frage, ob sich das lohnt, die Preise zu senken oder nicht. Na, sie lassen es auch heute krachen, wa? Ich kann ja auf eine Pizza vorbeikommen, wenn sie wollen. Nicht. Oh ja. Niemand gibt mir eine Pizza. Ich weiß auch, was in der Pizza drin ist. Ich würde die nicht essen. Hm? Nee, Pizza ist super. Glauben Sie mir, das ist ein Top-Produkt. Das Beste, was wir im Laden haben. Voller künstlicher, genetisch hergestellter Sachen. Nur das Beste vom Besten. Oh, Snougat-Creme-Party. 7, 8. Läuft, Frambert? Ist gut. Ich habe heute, also Eier, okay, sehe ich schon. Fleischmittel ist zu teuer. Na ja. Ich würde Ihnen einen Discount-Preis machen. Wenn Sie 10 Fläschchen nehmen, dann zahlen Sie nur 11. Na, Schnapper, oder? Na, du willst auch kacke, ich merke das schon. So, du willst 25, 50, 51, 52, 53. Guter Anzug. Jawoll. Einmal auf. Cutter. Komma, 3. Na, guck. Siedel gönnt sich einen Lachs. 107,62. Oh, wir sind auf 4,6. Das ist schon mal ganz nett. Aber wir wissen natürlich auch, die nächsten Erweiterungen kosten sehr viel Geld. Und das müssten wir dann wirklich tagelang machen. Na, immer wieder dieselbe Routine. Und aus diesem Grund bin ich immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie wir einfach den Gewinn steigern. Das heißt, wenn wir die Preise senken, muss A mehr verkauft werden, weil wir ja mit jedem verkauften Artikel den Gewinn erhöhen. Und sinnvollerweise müssten dann auch mehr Kunden kommen, die mehr kaufen. Dann hätten wir eine gute Chance. Und die Kartoffeln sind auch schon wieder ganz gut gegangen. 5, 6, 7, 8, 25, 30, 1, 2, 3, 4. Oh, Sushi-Seife. Mhh. Nur das Beste. Sie müssen das Sushi nicht anbraten, ne? So, nochmal eine schöne Kartenzahlung. Also es waren ein paar nette Beträge dabei. Wir sind auch bei 5,300. Das ist gut. Das gefällt mir. Aber das ist unterm Strich noch nicht das, was wir brauchen. So, das waren die Gammelhähnchen. Moment. Toll, bleibt einer über. So. Komm, jetzt kannst du nach Hause gehen. Du machst ja eh jetzt nichts mehr. Kassier den Kunden nochmal eben ab. Zieh ihn nochmal schön über den Leisten hier. Ja, der hat die 6 nicht genommen. Rieses Ding. So. Gut, dass mich das Spiel daran erinnert hat, ne? Erstmal die ganzen Kisten aus dem Weg hier. Kann ich die eigentlich vielleicht dann doch gleich wieder reinschmeißen? Gilt das dann als gemacht? Das weiß ich eben nicht. Genau. Ja, ich bin hier. leer gott sei dank das ist schon eine meditative arbeit also da im stream das ist manchmal schon echt schwer nicht in so eine ruhe zu verfallen und einfach gar nichts mehr zu sagen sondern einfach nur noch seinen job zu machen gar nicht so einfach blöd halt dass hier so die ecke so ein bisschen eng ist also ich hätte gerne ein bisschen größer aber es ist vom spiel glaube ich nicht vorgesehen so die bessere sind alle aufgefüllt es ist halt blöd wenn die sachen davor stehen ist auch nicht so gut ja das zeug will überhaupt keiner haben das ist sehr gut von den steaks sind ja wenigstens so paar verkauft worden o saft ist auch ganz gut gelaufen das geht ja ein einziges ei ja nur was willst du machen ne ich kann das ja bei den preisen durchaus verstehen aber hier wird es langsam ein bisschen eng in der ecke milch der gute käse ist der schöne billige schnitt käse im block wo habe ich denn meine butter da die obligatorische eine block butter basmati reist den hätte ich natürlich auch hier unten drin lassen können dann wird die ecke nicht so voll die kleinen eier so viel können dann nicht mehr drin sein den pablochucker ist gar nicht verkauft worden hat sich auch wieder mächtig gelohnt aber ein bisschen grüner tee ist weg endlich mal wieder eine leere kiste die gute fischcreme dann haben wir hier das mehl war das auch aber nicht aufgebraucht also auch das mehl wird sehr sehr wenig genutzt das war mal leer die großen eier einmal ja da werde ich natürlich reich norwegischer lachs war mir zu teuer habe ich öfters gelesen aber so paar hanschen sind verkauft worden und der hält sicher so ein bisschen parmesan ist auch verkauft worden alles klar was haben wir hier den zucker zucker kaufen sie ja immer wie blöde dann haben wir die ecke auch aufgebraucht was haben wir hier den kuchen ist zucker drin klar dazu den kaufen ich weiß nicht kann von hier nicht werfen das ist ganz komisch so ein bisschen brot können wir auffüllen sie haben nur von einer seite genommen das ist nett die pommes 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 kreiber Vielleicht darf ich jetzt doch in die USA einreisen. Ich meine nicht, dass ich schon mal versucht hätte, aber ich gehe mal davon aus, dass die mich wegen darauf Verdacht oder so festnimmt. Ich habe mich ja schon mal geäußert. Und du wisst ja, in Bunkratien ist freie Meinungsäußerung nur so lange gut, wie du die herrschenden Meinungen wiedergibst. Danach ist schlecht. So. Da, da, da. Da, da, da. Aber schönes Gitarrengeklimper, kann man nicht anders sagen. War ein schönes Lied. So, gut. Frambert, ich glaube... Hier habe ich mal so das Gefühl, das könnte James Bond werden, oder? Ich glaube ja, naja, noch nicht. Ich habe wieder was vergessen. Diamonds are forever. So was, weißt du? Das erinnert mich, das. Ach, ja, Frambert, über was soll ich sonst reden? Ich glaube, da nix. So. Jetzt haben wir aber alles, ne? Frambert, haben wir alles? Nee. Ja, einmal Milch bestellen, dann müssen wir die umschichten. So, jetzt aber, ne? Dann lassen wir mal gucken, wie der Tag war. 1700 ist gut. Mhm. 1700 ist gut. 1700 ist gut. Ist wirklich gut. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt die Preise mal, sagen wir mal um 20 Prozentpunkte senken. Ja? Ich habe die ja um 20 Prozentpunkte erhöht. Aber jetzt setzen wir die mal auf den Normalpreis. Wird das hier am Ende mehr oder weniger? Und das ist die Frage. Dann ist das hier nicht mehr rot, dann sind die alle zufrieden. Aber wir haben halt nur 42 Kunden. Und ich glaube, wenn ich die Preise jetzt um 20 Prozentpunkte senke, also auf den Standardpreis, dann kaufen die zwar ein bisschen mehr. Das heißt, meine Bestellkosten werden höher. Aber ich glaube, der Profit wird nicht höher. So, das ist die Frage. So, jetzt auf die Frage. Und wenn ich mich auf das Ganze nehme, dann lasse ich auf die Frage. Und ich glaube, dass ich mich auf unsere Rolle auf meine Beine không adversern so sehr gut für das Video. Jetzt können wir das Thema wieder auf die Frage. Untertitelung des ZDF, 2020